ein paar Leute herzlich willkommen sein folgen 17 auf in der gab es den mit dem Fliegei so dass die Gäste an das Mikrofon inzwischen gefallen ist das ist ein großer Unterschied ist sicher ein Wort gesagt ich finde schon haben sind die aufgefallen sind mehr so und wir machen jetzt diese Aufnahmesächen erst mal so mit dem Mikrofonen sie gucken wie es uns gefällt oder wie es euch gefällt und dann stellen uns Lächeln um oder lassen ist so wenn das kein was sie davon halten weil ich werde noch nicht mehr labern kann auch sein dass noch ein paar kleine Fehlerchen gibt und so dass es noch nicht so toll eingestellt ist aber das dauert bei mir ist auch ewig gedauert war so eine Sache bis es gelaufen eine hitzige Diskussion weg mit vorne mit dem WC Problem ist nämlich immer bei mir was hinten reinsteckt dann in der Ausstatt genau dann geht er aus am Anfang hat er sich darauf Mikrofon von der USB eine ganz gerafft mit dem PC und Schluss ging es dann doch eine so blöd waren haben von der Regel man sollte er man sollte dann mal ein Zehntel wenn man zwei Mikrofone dran hat wenn man auch die Idee kommt zu sagen der Grunde hat er vielleicht mit dem Mikrofon meine Stimme aufnimmt mit den Themen ja wo ich schaust am Mittag und falls man mein Lenkrad wird die Tisch zu entschuldigen die Einstellungsphase ich habe sie es nicht das hat es geiler wenn du das ist das Verlust ist vorher hatte ich hätte keine Möglichkeit in den Empfindlichkeit einzustellen und dies kann man sein Schiller bei OBS habe ich noch nichts gefunden dass man die Empfindlichkeit einstellen kann bei Windows auch nicht ja gut es ist aber über 3,5 Millimeter Klinke ne was 1 ne ich mein wie es das auch nahe bei dem ist es kein Problem bei dem wird man jetzt keinen Lenkrad mehr in der Aufnahme ja gut es hängt ja auch direkt neben dir trotzdem kann ich mein Mensch eigentlich mit davon gar nichts das hat was geschehen jetzt ganz schön überhinten wurde bis es geht immer mit der Sau was gut ist mein Makro mein Makros wieder gelegt durchhalten aber auch meiner Maus drauf der Altaxen und sie nicht mehr so wir sind bei den Gründen aus ich habe Mist habe ich leer geschaut ich spüle mal stopp ich spülen was kann ich spülen ne muss auf Wasser rein ne muss auf Wasser rein beim scharfen Aula machst du das also ich das machen ich wollte gerade anhängen aber ich weiß nicht ob das für Weidemann geht nicht ne ne ich brauche nur nen Backen ne Wanne hat steht hier ich weiß häng mal an so hängt ich glaub hier ist hier irgendwas falsch ne sie noch um Wiener bis vor uns beim Schreiner die 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 wir hinsetzen Not wackeln aber ich kann ja były ihr du das 班 hat es chin hast du nur weise mehr also mindestens die nächste der ein paar Drehschalter das ist glaube ich das bekannteste nicht ja jeder da hat hast du nur Drehregler da hast du auch so ein Ding oder ich habe Dreh und Schieber 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 und Plätze ja was ich habe den Bassenwissen runtergeschraubt da war es halt so ganz aufs Land alles einstellen ja und hat dann was für dich mal dass er ganz sicherlich macht ja nie hier sagt mir helfen in 4 9 wir wollen eine eine noch ein Prozent und er geht noch vor allem b da waren wir noch machen Mauer es sind alles auf die Masse scheinlich spritzen im Moment möglichen hier war doch immer wieder machen wir waren schon nicht mehr da wird beide Frontlader haben das hier und werden von anderen Lüge aber nicht sein was meine dann hat Spaß die Meisterbrüche dann hat die schwarzen Wanderling gemacht das ist da ausgewicht in manchen wir sind die Idee in den Schwingen sind halt leckert nicht wohl Heidrona ich gehe nach außen ich bin hier in holland ich weiß und zweimal voll jetzt läuft es aber langsam hier ja ich hab da fehlen nur noch einer und dann können wir den Schreiner wieder verkaufen Schreiner da müssen wieder vor 2.000 herrn schon wieder voll und was machst du denn auch mal ein da bin ich wohl Schreis ist schon wieder voll hier hier stehe ich stehe alles voll mit Bienenkartons ich meine es einfach nehmen, boah, hier ist schon wieder voll Schreiner ist voll, stopp, nix machen Alter steht hier Zeug nix machen, nix machen, nix machen, nix machen nix machen und dann gut, das wächst nicht, das ist perfekt hast du nur raus hast du nur raus, Alter geht es mit dem Honig hier ab da her müssen unbedingt uns das überlegen, ich würde mich ja richtig jucken mich auch von mir aus, ich glaube ich gerade das ist schon wieder voll das ist ne, oder ach, kannst mal gucken, wie viel hier schon liegt, also einladen ich hole die Rolle, stopp ach, was ist denn jetzt los oh, geht halt noch ne Nacht durch, ey, leck mich doch gerade im Arsch der will nicht, der will nicht komm, wir können keine hinterher, mit dem Rau runternehmen hallo, stopp oh, jetzt hat er performances haha, oh, nein ca.. oh, hier geht´s auch schon wieder weiter oh, hier ist auch schon wieder voll wo isen die, wo isen die oh, voll oh, hier ist auch schon wieder voll was ist auch schon wieder voll der hier wird auch schon wieder voll scheiße, voll oder soll erfolgen 7000 Euro müssen weil der ich glaube ich will die Rolle Prozent alle ich will die Rolle zum Beispiel auf die Rolle, vergiss es! Ich muss mich auf eine Rolle schmeißen! Warte! Das kannst du vergessen! Ne, hol der Outer-Anhänger! Ah, ja, warte, ich komm, ich hol der Outer-Anhänger! Ach du Himmel! Oder wenn Rolle sicherer der Masse entspannt würde, drüber nimmst du fest! Ja, Outer-Anhänger ist auch spannen würde! Echt jetzt? Ach, stimmt hier! Ja! Sicher nicht, der 0815, ne? Abscheide! Soudini! Nur noch mal kurz! Low-Be-Hand! High-Honig-Palette! Place not free! Ja! Kann man den? Ah! Die Holland-Frontleider steht ja hier super, ne? Hm! Herbst-Ende! Oh, Regen! Äh, Schnee! Oh! Ich hab' mir nicht vergessen! Ich muss uns die Zentrierfäder wieder einstellen, Jens! Hab' jetzt auch ein Null gemacht, das ist... Das ist... Wow! Festmachen! So, perfekt! Mehr geht hier nicht rein! So, dann können wir dann auch noch was mitnehmen! Und zwar die eine Wollpalette! Ja! Ich hab' mir hier hinten drauf! Wenn man eine Ehrende Bus dran! Warum? Hey, ich will mich auch nützlich fühlen! Ja, du fessern, weil ein Bus ist schon ohne Strände, das ist schon voll! Oh! So! So! Ja! Bus ist voll! Ähm... Ach du... Ach... Darf ich mit dem Bus wegfahren? Ja! Anhänger kommt da hinten dran! Ah! Anhänger! Oh! Ich seh' nix, ne? Ja! Mach mal! Weiter! 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 Bisschen nach links! Ja! Und jetzt hier zu den Kästen! Ich sortier die mal, ne? Naja! Einfach draufschmeißen! Gutes! Genau! Das passiert dann! So, das war's aber von der Folge! Manche Folge von der Könige gerne ein Like oder ein Abo lassen! Und bitte in die Kommentare schreiben, wie es mir in den Kommentaren war! Tschüss! Bitte! Danke! Tschüss!